es tut wieder in der seele weh aber ihr braucht keine angst haben dass es naja sag mal sechste wahl rumpf der hat nicht funktioniert ich hoffe dass das klappt ich vermute ganz ehrlich dass es nicht so hinhaut wie ich mir das vorstelle das heißt so ein normales bruch bild wäre ja entweder nur angeknackt irgendwo und meist so 56 cm hinter oder zehn zentimeter hinter der hinter der fläche wir versuchen das mal mal gucken was passiert ich vermute es klappt nicht aber wir werden sehen also ich habe schon fast gedacht ihr seht doch er hängt an einer stelle also hier könnt ihr noch mal sehen es hat doch hingehauen das ist eigentlich so ein bruch den man öfter sieht oder dass er sogar ganz an der stelle ab ist ich sag mal wenn sowas passiert der steckt dann meist auch irgendwie noch so im boden drinnen leitwerk hängt hier hinten so traurig runter ja tut in der seele w aber reparabel nun gibt es mehrere möglichkeiten also ich zeige da mal zumindest eine davon also wenn ihr wenn euch sowas passiert und es ist ja so den rumpf vernünftig hinzukriegen wird sehr schwierig sein aber ich kenne ja die meisten kollegen die haben auch ein bisschen sekunden kleber dabei ich mache folgendes ich drücke den hier gar nicht erst zusammen weil oft ist es so beim zusammendrücken passiert noch mehr schlimmeres ich schlage den hier mal eben bisschen an so nun können wir doch mal den vorteil vom sekundenkleber nutzen das heißt ich klebe hier ja eine hilfsstütze auf meinen links und ich sag mal die dass man es sind ja nur kaffeestäbchen aber sei es drum sind doch meistens relativ gerade gerade wenn man jetzt noch aktivator spray hätte wäre es gut aber aktivator spree ist aus heute so haben wir hier schon mal so ein stab angeklebt ja ich habe meinen rumpf hinten hoch so dass in der regel ist es so dass die rümpfe in der form doch relativ gerade sind so nun kann ich den schöner hause transportieren und der rumpf ist erst mal wieder in form gebracht zu hause angekommen würde ich jetzt die bruchstelle einmal mit seku behandeln so nun gibt es zwei verschiedene möglichkeiten danach ich könnte jetzt erst mal eine teil reparatur machen indem ich hier links und rechts ein rohrwink ran liege um eine grundfestigkeit zu kriegen dass der nachteil ist allerdings dass der nicht von der fest also von der auflage her nicht so gut auf dem kohle rumpf liegt wenn ich mein sehr gut richtig gut funktioniert hat also es ist natürlich schön wenn man aktivator hätte ich brauche es zu selten deswegen habe ich keinen mehr also ich klebe den rumpf schon mit sekundenkleber zusammen und in der regel ist er dann auch so fest dass ich den bearbeiten kann ein grobes schmirkelein so und ich werde jetzt ungefähr auch eine reparatur länge von der größe mit gewebe von der größe machen alles schön anschleifen dass wirklich der glanz verschwunden ist das ist eigentlich immer wichtig also wenn alles schön macht ist habe ich auch wirklich alles erwischt so noch hier nicht wie man also hier vorne wenn ich hier vorne ein bruch hatte dann würde ich das auch ein bisschen ausschleifen aber bei dem rohr mache ich es eigentlich nie weil das bringt gar nichts weil das rohr ist ich könnte auch zwei oder drei darum kleben hier wenn der rumpf ganz ab ist das gehe auch ja dass ich zumindest eine vernünftige führung habe wenn ich drei zum beispiel mache auf drei stellen dann könnte ich dem wie so eine gabel den abgebrochenen rumpf da einführen so haben wir alles wieder schön so und jetzt kommt mein kader messer sieht natürlich schön einfach aus nach keinen seiten oder keinen höher dran so ihr seht dadurch diese reparatur habe ich eigentlich wieder relativ geraden rumpf schleich noch mal die stelle so nun wäre es wieder die möglichkeit die kohlerowings zu nehmen aber ich möchte ich nehme jetzt hier mal diesen hier ich schneide mir hier wieder so und ich denke mal die kohle ich mache jetzt nur eine lage weil irgendwie müssen wir auch zeitlich hinkommen aber hier wäre es so zum beispiel dieses in 39 gramm das heißt ich müsste bei 100 gramm irgendwie sechs lagen davon aufbringen das sollte ich eigentlich auch tun so handschuhe macht sinn arbeitssicherheit geht eigentlich immer vor das ist ja eine persönliche sache eine persönliche sicherheit so haben wir hier noch hart jetzt nehme ich mal unseren pinsel gehen wir vorhin schon gepimpt haben und da fallen jetzt keine haare mehr aus einmal noch mal so durch wurde wuckeln aber die haare sind eigentlich alle durch das durch den sekunden kleber aber dann ist kein dünner kein dicker man müsste im dünnen nehmen so hier bei dieser reparatur braucht ihr mit harz überhaupt nicht zu geizen volle granate drauf man würde jetzt sagen früher immer gesagt viel hilft viel das spielt letztendlich hier bei der reparatur so gut wie gar keine rolle das wird ja auch da sehen warum wie gesagt man kann rovings nehmen das ist jetzt eigentlich dann egal das spret diese spretter rovings haben den vorteil dass sie schön flach liegen und so ich schreibe mir hier jetzt mit dem rollmesser und er könnte jetzt gleich mal sehen wie schön das geht eine lage glasgewebe glasgewebe lege ich einfach ein teils schleife ich ja nachher wieder weg das heißt gewichtstechnisch bringt das nichts aber einmal gibt es eine bessere oberfläche zweitens wenn ich das in 0 45 lege habe ich auch an der reparatur stelle hilft das bisschen gegen die torsion das heißt verdrehung wieder da ich könnte es auch mit dem kohle gewebe machen aber das ist echt nicht nicht notwendig also wenn man da so dass ich hier so anderthalb mal rum und sie das jetzt aus schneid das überschüssige ab so und er sagte dann macht er denn da da trief ja alles das kann ruhig schön feucht sein und nun die wunderwaffe das gibt das auch noch in breiter ganz einfaches geschenk band die frau freuds wenn es weg ist natürlich nicht aber es lohnt sich wirklich für die werkstatt muss ich mal so zeug anzuschaffen eine kleine rolle hält ewig also diese reparatur die man jetzt hier so vorzeigen die wäre auch möglich an f3j rümpfen oder ähnliches das muss nicht f3k sein also ich denke mal die sind ähnlich aufgebaut und jetzt wickele ich im grunde genommen über meine frankfurter reparatur stelle an und lege ich jetzt eine lage so dass die immer auf dem auf dem geschenkband überlappen und da fängt dann jetzt an also erstmal kriege ich einen vernünftigen verbunden mit dem rumpf und wenn man jetzt so weiter sieht dann sieht man jetzt hier schon wie das überschüssige harz einfach vorweg läuft so haben wir früher unsere ersten rohre gewickelt das war noch zeiten wo ihr seht dass das so richtig raus quatscht hier ich drehe mal die andere hand um das wird jetzt auch ein bisschen schwierig die ganze geschichte aber man kann jetzt hier eigentlich schön sehen wie das raus quatscht und das ist eigentlich das überschüssige harz also mehr kann ich da ähnlich raus drücken das heißt dass ich jetzt trocken gemacht wird auch nicht besser geworden aber ich habe eine super anlage an meinem rumpfrohr und ihr seht ich kann das volle pulle ruhig ziehen also auch meine sekunden kleber ecke hält so und wie gesagt es gibt auch noch breiteres geschenkband das lässt sich auch gut verarbeiten man könnte auch altes tape von einem kassetten recorder nehmen es geht auch aber dies geschenkt man ist eigentlich am besten weil das haftet nachher nicht auf dem harz das kann ich so wieder abwickeln funktioniert eigentlich super wir mussten einen kamerawechsel machen jetzt schneide die schere nicht so vielen knoten noch mal rein 24 stunden auf die heizung so was man jetzt noch machen könnte wie ihr seht ist so richtig schön hier das harz oder ich lege auch noch mal mit tempos ohne sieht man gleich wie das hier so schön alles auf sagt ihr seht hier was hier ein harz überschuss ist das kann ich einmal abreiben vor allem hinten und vor dem rohr so die reparatur geschlagen wir werden nachher ohne nochmal hier vorne auch noch eine reparatur einfach mal machen aber es ist vom prinzip das gleiche genauso wäre es jetzt hier am rumpfkopf auch da werden solche reparaturen so in der art möglich ja ich hoffe dass das was wird aber ich denke mal wenn wir es nachher auspacken 24 stunden später passt das schon was sinn macht jetzt das ding irgendwie auf die heizung zu legen damit man also wirklich eine gute dass das harz gut vernetzt reparatur gelungen würde ich sagen rumpf wieder dran flieger fliegt in zwei tagen wieder dieser natürlich nicht ist klar ja das war unsere reparatur für erstmal rumpf und seiten oder ich danke fürs zugucken wenn fragen sind melden wir werden noch eins machen über fläche das haben wir heute leider nicht mehr geschafft weil das macht jetzt den rest mit dem handy und seine kamera hat leider kein strom mehr einen schönen guten abend oder einen schönen abend nicht guten abend sondern einen schönen abend wünschen wir euch noch